Bounce! Herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Und im Next Part, den Schöpfe Stimme grünen. In einem Haus. Und das sind jetzt bestimmt alles für die Mons. Naja, jedenfalls hätte ich nur vergessen, dass ich noch den Damage Indikator zum Mods vorfahre. Naja. Naja. Dann kurz die Sichtweite auf. Acht. Ist schon eine Monster drin? Ne. Ach, es hat ja ewig. Ebenfalls würde ich jetzt erstmal nach Eis suchen, wo... Ah, okay. Ich werde nach Eis suchen wollen. Ach, die Fahrt dann noch schnell gemacht. Ja, die Fahrt dann noch schnell klären. Leiter, Leiter. Leiter, Leiter. Ähm. Ich bin jetzt schon mal lieber so weg. Weil... Das hier oben, das hier, diese Animation war halt aus. Und da dachte ich halt, wenn man eine neue Karte setzt. Dann geht es vielleicht los. Also, wenn die alte noch dasteht. Aber das war... irgendwie Zufall, dass es nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, später funktioniert hat er eben. Das war kurz. Ach, ist auch ewig. Es ist ein Tag. Da ist ne Hexe. Soll ich das gehen? Nein, ich... Ich bin tot. Ich bin tot. Äh, ich muss noch kurz hier rein. Okay. Ja. Oh, hier unten ist ne Höhle. Okay, ich will es jetzt aber auch nur übertreiben, was ich vielleicht auch unterstehen kann. Oh nein, der explodiert sich. So kann ich eins. Wacken ins Wasser. Ich weiß nicht, ob ich sowas mitmache. Wann ist das halt? Ich weiß nicht, ob ich sowas mitmache. Wann ist das halt? Ich weiß nicht, ob ich sowas mitmache. Ach, meine Tür ist schön weggesprengt. Vielen Dank. Ach, ich mach bloß hier oben zu. Ist besser. Wie kommt. Wie kommt. Schrecklich. Ach, Mist. Bitte nicht. Ach nein, wenn ich mich offen bin, ist doch auch nicht so schlimm. Nee, nicht dort. Ich nicht. Es ist schon ziemlich traurig, wenn man an der Erde fahren muss. Es ist traurig. Komm. Ach, hier liegt noch ein bisschen was. Schreib mal lieber mit. Nein. Acht reichen. Das reichen nicht. Reichen nicht. So. Da. Das ist ja so. So. Und. So. 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 Ah, na, Mann. So. Hat das genug? So, muss ich auf Eisen abdauern tun. Yay. Bootschritte. Wo sieht man die nochmal? Oh, gibt es der Ebermutt? Funktioniert in Geneva? Ah, das hier funktioniert alles. Aber das Portal? Nicht. Frielskost. So, er startet sie weg. Herr Engelflise. Ach, Mann. Okay, get your mother. Holy stone. Was ist das für ein Zeug? Naja. Ist mal egal. Wie eine schöne Würde zu sein. Und Eisen. Was? So. Und Kohle. Ist ja viel schneller praktisch. Was ist das für ein Zeug? Was ist das für ein Zeug? Komm. Kommt mir einfach fertig. Kommt mir etwa fertig. Ich lass das schon noch schlimmer. Ziemlich. Genug. So, um, klar, damit, bitte, ah, damit, bitte, ah, damit, bitte, ah, damit, bitte, Was ist das? Ok, gut. Mal. Ah, jetzt hab ich noch ein Schaufe. Toll. Hier rum. Bin ich unter der Höhle oder? Das wird jetzt nicht verabschiedscht, aber egal. Ist das so? Noch mehr Eisen. Und weiter runter. Und noch mehr Eisen. Und weiter runter. Und noch mehr Eisen. Und dann schwebt. Und dann halt. Was noch übrig bleibt, wird so besser gemacht. Und das ist noch. Und das ist noch. Oh no. Ja, was ist denn das? Nein. Dabei habe ich doch den Knopf jetzt schon hochgestellt. Egal. Und die Blöden ist über mir. Oh. Oh, so vielleicht neben hier. Nein, weiß es nicht. Ah, was ist das denn? Na, jedenfalls nicht normal. Komm, springe. Ja. Das ist auf der Rülle. Ja, ungefähr. In Süle-Ski. Komm. Komm. Jetzt hab ich die Tür öffengelassen. Ich bin tot. Mann. Hast du einen tot schon mal? Mann. Wer ist denn hier gestorben? So. Sind da keine Krieger in der Umwelt? Ich mach schon ein Baulöffel. Da unten. Da ist schon ein Baulöffel. Hm. Keine Ahnung. Der Spiegel. Hi. Ähm. Das ist schon ein Steuergegner. Nichts 8 einfach. Auch wenns nicht geht, dann macht. Also. Mach schon zu. Was ist denn jedes 8? 5 Ja. Oh. Können wir eigentlich da langschießen? Ach man. Jetzt hab ich noch einen Stock. Haha. Wie geht dieser Anfang? Ja. 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 Zuerst. Hier. Dann. Da passen wir. Hm. Vielleicht eins weiter. Und. Jedenfalls. Das ist jetzt schon wieder. Und ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.